Mein Name ist Anke und ich werde in ein paar Wochen 50. Ich mache Sport, ich lese viel. Beruflich mache ich Prävention, ich bin Krankenschwester, Prävention in Firmen. Mein Grund war, dass ich eben, wie gesagt, in den Firmen viel Prävention mache, viel Beratung mache, Stressberatung mache und mich irgendwo selbst dabei verloren habe. Immer nur für andere da bin und zu wenig an mich selbst gedacht habe und auch in der Familie ein paar Probleme hatte, die ich gern klären wollte. Wir sollen nichts erwarten. Ja, einfach, dass ich mich selbst besser kennenlerne, dass ich die Baustellen gerade im Privatbereich angehen kann, weiß, was die überhaupt sind und mir da selbst helfen kann, nicht mehr nur anderen helfen. Ja, mehr als erfüllt, sogar so erfüllt, dass ich den Kurs auf jeden Fall auch schon in der Familie schon weiter empfohlen habe und auch bei Freundschaften weiter empfehlen werde. Nicht ganz ungewohnt, weil ich schon einige Erfahrungen diesbezüglich hatte, aber trotzdem irgendwo erschreckend, was mich persönlich betrifft, was ich nie wahrgenommen habe, dass sich das dabei geklärt hat oder ans Licht kam. wo ich jetzt noch nicht mehr schreckt habe. Und ich bin da dran mit schreckend. Und ich bin da dran mit schreckend. Untertitelung des ZDF, 2020